Hallo und herzlich Willkommen zurück bei HW2SQ HWSQ Herzlich Willkommen bei HWSQ Ey Erik, was heißt das? HWSQ steht für, äh, Holwede, äh, Schwule Queens Achso! Das sind, das sind wir! Okay, geil! Okay, geil! So, äh, pass auf! Ah ja, heute spielen wir dann ein Ründchen DPD, weil genau das letzte Mal, als wir den Killer aufgenommen haben, den Doktor quasi, äh, zwei Tage später gab's ne Update und es gab wieder neun Killer. Das war ein bisschen ungünstig, weil wir halt, genau, da hat man sechs Folgen aufgenommen oder so, auch mit Golf Ähm Ja Golf Ich muss, ganz kurz, ich muss es einfach vorher sagen Es steht im Titel HWSQ Es steht nicht im Titel DPD Und dann bei der zweiten Folge Golf Es bekommt wieder DPD Alter Junge Genau so! Genau so haben wir gesagt Oh, die Kommentare und wir haben's, wir haben's ja nur zehnmal angekündigt, klar Da kann man nicht erwarten, dass Leute das lesen oder verstehen oder Ehm, weil es passiert, nichts ist wie das Brache Alter Ehm! Wie, wie gucken die Leute denn die Folgen? Alter mit dem Handy irgendwie in der Hand so Ehm, da aber aber ahmm Alter, so so ... Weißt, ich versteh's nicht Wir haben's zehnmal angekündigt und es war so oft in den Kommentaren Alter, zum Glück sind die moderiert Alter, ich hab das gelesen ich bin weggeflippt einfach Aber wir können ja doch mal sagen, was HWSQ heißt, was heißt das denn? Äh, Heinz will Schogetten, Qua- 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 Quallen? Ja. Quallen? Ja. Quessen. Heinz will Schogetten kacken. Quessen. Nein, da steht natürlich vor... Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Ich hab überlegt, was könnte das noch heißen? Und dann bin ich auf, ähm, auf, äh, Huchenwichsen, aber das kannst du ja auch nicht mehr... Was? Was? Ja, sag doch mal, Huchenwichsen, was? Wie kommst du denn von Q auf H, Alter? Was ist denn jetzt los? Was? HW, HW, SQ. Hurenwichsen, gut, qualitativ. Und was ist bei SQ dann in dem Fall? SQ. Ähm... Achja, ja, ja, nee, das war... Stimmt, ja, SQ, ja. Oh, jetzt bin ich mit den anderen geraten. Hurenwichsen... Sex, sex, geil. Keine Ahnung. Hurenwichsen, schön. Qualitativ. Qualitativ. Hurenwichsen, qualitativ. Das ist ja ab 18, das ist der bei Delda gerade, oder? Ah, ja, stimmt, klar, ja, klar. Kann man ja auch... Alter, ich hatte auch jemanden in den Kommentaren, ich muss kurz erzählen. Wir starten in ungefähr einer Stunde. In den Kommentaren war auch irgendwie so eine Diskussionsrunde so. Hä, Gronkh, ich find das nicht gut, dass du Clickbait betreibst, weil du den Spieletitel nicht in den Spieletitel schreibst. Hä? Also ich schreib den Spieletitel nicht in die Überschrift, also in die Videotitel quasi, und das ist Clickbait. Das ist doch heutzutage alles Clickbait, Alter. Ja, ja, klar. Es war auch schon Clickbait, wo ich mein Gesicht aufs Amtel gemacht habe, mein eigenes. Ja, das wissen die gar nicht, das wissen die gar nicht. Ne, das ist gefährliche Halbwissen leider. Manche wissen auch nicht Bescheid über Product Placements und so. Dass auch, wenn du eben was trinkst, dass die Leute böse mit dir sind, dass du z.B. eine Cola trinkst. Wie beim Alternativ. Obwohl der kein Geld dafür kriegt. Hier. Hier, Product Placement. Oh, müsste ich halt den Ding ins Zoo, ist auch egal. Hier, hier ist auch Product Placement. Du musst jetzt aber auch einen Titel schreiben, ja? Ja, natürlich. Und überall markieren. Ich muss auch zehnmal in die Kommentare selber schreiben. Das ist ein dickes Clickbait-Duch. Aber es ist trotzdem, muss man echt sagen, es ist immer nur der kleine Teil, aber der ist immer so laut. Weil die anderen, siehst du, wie viele das Video gucken, die genießen einfach das Video. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Was man nicht immer so eine Scheiße genießen kann, aber trotzdem. Geil, danke. Ja, das stimmt. Was haben wir denn hier? Wer ist denn die muskulöse Frau da? Die Jägerin. Die was? Die Jägerin. Achso, ich habe es gerade anders verstanden. Ich habe akustisch echt falsch verstanden. Was habt ihr verstanden? Was habt ihr verstanden? Nein, nicht, nicht. Wir fangen mal lieber an. Wir können doch nicht anteasern und da nicht sagen, Leute. Wir haben verstanden die Klägerin, nichts anderes. Ja, auf jeden Fall. Barbara Sarnisch. Jägerin. Hä? Ich, ich... 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 Wie workshops durch beim Wach... Warch riot wegen demes lleg were kalts? 아 ну... Nein, Kau sim, ich nur glaube, wie in Teilnehmern nicht Auf jeden Fall. Dat Sverige. Die Schlägerin. Ich bin der... Wem würde ihr eigentlich eher daten? Die Krankenschwester? Die Hexe oder jetzt die Jägerin? Ich würde denen alle bumsen? Den Fallenschflein... Der hat so richtig, der hat so richtig geile Tennis-Arme so. Oh, nice, nice. Ah, verschluckt. Beim Fallensteller. Ach ja. Der kommt jetzt vor, mit epischer Stimme, go. Nee, der Curry war das vorhin. Achso, Curry, go. F1 Curry, los! Alter, das ist viel zu viel, ich lese das noch nicht vor. Du musst den ganzen Text mit der Stimme jetzt vorlesen. 2 Stunden Zeit. Okay. Sobald Anna gehengelernt hatte, unterrichtete ihre Mutter... Heiß gelaufen. Okay, warte. Ich kann auch so lachen, ich kann nicht. Okay, stopp. Unterrichtete ihre Mutter sie darin ein hartes... Oh ja. Heiß. Was war das denn? Was war das denn gerade? Heiß. Es klebe gerade explodiert, oder was ist das denn? Heiß. Stoie. Heiß. Einfaches Leben in den Wäldern des Nordens zu führen. In einer solch abgelegenen und gefährlichen Gegend zu leben erforderte Talent und Widerstandsfähigkeit. Heiß. 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 Weiß nicht, der Erik hat das letztens auch gemacht. Ich hab gar nichts eingestellt. Ach hier, Karte. Ja, da, Tobi. Genau, da gehs. Mutters Behausung ist es nicht, ne? Hm. Was haben wir hier? Sprintboost? Doch, das kann sein, Tobi. Die meinte doch, jemand mit Mutter, dass die da im Wald gewohnt hat und so. Also, lebt aber auf dem Wald eingewiesen. Das wurde ihr nicht zerstört. Behausung. Ja, das ist es. Es ist Mutters Behausung. Geil. Mutter. Spielanstaltung verändert. Was ist hier los? Behausung. Warte, 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 warte. Was war das nicht gerade? Ach so. Äh. So. Mhm, mhm. Ich, äh, bin sofort fertig? Ja. Ja, ich, ich auch. Äh, guck mal. Votanisches Wissen. Beweise dich. Äh, ich, beeil mich. Ja. Ich, ich beeil mich wirklich. Ja. Hm, hatten wir hier nicht diese pinke Perks auch noch? Das war irgendwie. P-p-pinke Perks. Es sind doch alle da, oder? Also, die, die lila Perks. Die sind alle da, ja. Ja, die sind alle da. Ich dachte, wir hätten auch so, so pinke, wie, äh, ja, warte. Ähm, Hoffnung. Äh, gut, das nehmen wir wieder. Und dann nehmen wir noch. Wachsam, Vorwarnung, Verwandt. Mhm. Folgsam. Mach's rein. Okay, bitte was? Bitte, bitte was? Den Perk. Ja, 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 dann, äh. Warum lachst du denn jetzt Tobi? Ist nicht lustig. Ey, sorry, ey. Dann bin ich fertig. Okay. Ach komm, ich mach das einfach mal. Ist jetzt auch egal. Oh, Item, mach ich nochmal schnell. Ich bin sofort fertig. Ja, alles klar. Hauptschlüssel, was ist los? Ähm, Blutbeinstein, Durchzung von roten Adern, Schlüsselring. Hauptschlüssel, den Nutzer. Wer ist eigentlich so ein Curryskiller, ne? Ja. Man munkelt. Was munkelt man denn? Dass ich es bin. Der Biberbutze, Mann. Hä? Was, was, hä? Warum? Das stimmt nicht mit dir. Hast du deine Hexe angemacht? War das satt denn? Oh, zweimal dunkelstes Mond. Oh, ich glaube, es beißt sie. Oh, Totenkopf. High five. Totenkopf, das warst du. Der war nämlich verdeckt. Ach so, sorry. Oh, oh, die Jägerin. Ich bin manchmal schon, was die für Geräusche macht, ne? Also, im Lade bin ich schon mal so im Menü. Was? Genau. Mit ihrer Maske kann die quieken. Ich bin jetzt Frau Hasenberg. Ja. Oh, was süß. Da kommt man zu dir gelaufen. Ja, ich will mich hauen. Ja, ich bin nett, okay? Mit einer Palette. Ich bin jetzt Friendly-Killer, ja? Wie die anderen immer. Ja, geil. Alter, geil, Curry. Lass man Punkte fahren in einer Friendly-Session. Ja, geil. Ist bestimmt richtig gut. Eine Palette. Robi, konzentrier dich nicht auf die Palette jetzt. Konzentrier dich auf mich. Sag mal, was ist denn? Was? Curry, was stimmt nicht mit dir? Ich bin nur ein bisschen näher ins Mikro gegangen. Das macht doch keinen Unterschied. Seitdem der Curry raucht, hört sich das richtig merkwürdig an, einfach. Das ist krass. Ja, das ist einfach krass. Aber direkt Rothändler hätte ich auch nicht von ihm gedacht, weißt du? Nee. Oh, Rennauto. Ohne Filter. Was ist jetzt? Das ist ja cool. War doch geil. Lol. Boah, die Map sieht cool aus. Hä? Wie, Curry, wieso bin ich denn jetzt dein Schatzi? Hä, wie mein Schatzi? Äh, ich... Du hast bei mir so komische Hände um den Charakter. Achso. Boah, Alter, das ist doch keine Frau, Mann. Schmieg ihn an deinen Busen. Geil. Hä, was? Curry an deinen Busen. Alter, wie geil. Sie bitte diese Hütte aus. Also, Leute, komm mal bitte zu dieser Hütte hin. Die ist mega nice. Ohne Scheiß. Klar, Curry. Ernsthaft. Klar, Curry. Warte mal, sinkt die? Ja. Die summt? Ja. Die summt vor sich hin, das ist voll unfair. Ja, aber du musst deuten, von wo das Summen kommt, sonst hörst du nicht, dass die bei dir ist. Hey, was? Ich weiß, wo das Summen herkommt. Lalalalalala. Oh, war das... Das war echt gruselig. Ah, Curry, geh weg. Autsch. Guck mal, Pan, guck mal, was ich machen kann. Nein, ich guck nicht. Ich seh nicht. Summen. Oh. Ihre Spezialfähigkeit ist Summen. Summa summarum. Hä? Hä? Ich kann eine Äxte werfen. Aber ich lag sofort. Ach, krass. Ich lag sofort. Ja, das ist auch voll schwer, mit der zu treffen, ohne Scheiß, aber du bist halt genau reingelassen. Für uns ist das gerade das erste Mal mit der Killerin. Nein, wir hatten nicht die Zeit, uns vorher damit auseinanderzusetzen. Na, moin. Und guck mal, wie der CPT. Nein, ich fand das jetzt auch nicht ganz geil. Ich war nämlich echt so... Kann ich dich auch abwerfen? Nee, jetzt kann ich dich auch abwerfen. Ich hab nur ein oder was? Muss ich die wieder aufsammeln, oder wie? Aber wie, so haben die so eine Hasenfrau gemacht. Ach, da unten. Die muss ich wiederholen. Okay. Was? Also wenn ich mit einer Axt jemanden treffe, dann muss ich immer eine neue holen, irgendwo. Der will nur zurückkommen und campen. Hört nicht auf den. Nee, ernsthaft. Das glaub ich auch. Ich brauch mal eine Axt hier, euer Lecker. Ah, die fangen schon an zu brennen. Autsch. Hä, seit wann brennt man denn? Ja, ich hab hier meine Haut. Die Haut wird hier grad so durchzogen von Glut. Ich laufe noch mal ein bisschen, Freunde, ja? Meinst du laufe, nicht? Ja, so ein bisschen ist echt ekelhaft. Okay. Äh, bah. Pahn. Kein schöner Land in dieser Zeit, als dass der unsere weit und breit, wo wir uns finden unter den Linden zur... Curry, 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 komm, Curry. Nein, 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 warte, warte. Pahn, warte mal, guck mal. Der ist so eiskalt, hey, Junge, ey. Ich hab mir was gebrochen. Ja, Entschuldigung, ich, ich untersuch dich mal kurz, okay? Nein, nein, du dreck... Du dreckige Schweine, du! Oh, Alter, in den Kopf rein! Was ist los mit dir, Curry? Oh, die arme Pahn! Die arme Pahn! Oh! Alter, Mann! Die arme Pahn! Hä, ist die Pahn instantot? Es gibt einen Dreck-Igel! Naja, ich hatte eine Angst in meinem Kopf! Oh, hier rieche ich auch wieder was, Tobi. Du riechst ganz streng, mein Freund. Das ist gar nicht Tobi, das ist der Thomas. Hör mal, komm doch mal zum Kotelett. Was ist denn? Nee, Alter! Hast du den Pahn-Wennstück gegrillt? Hör, Curry, warum? Das ist das Mist. Er hat erst gesagt, guck mal, wie ich summe. Das fiese ist, der Curry hat einen Perk, der Curry hat einen Perk, mit dem man durch Sachen durchsehen kann. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich hab einfach wahllos irgendwas reingenommen. Ich hab auch einen Perk, mit dem ich dich da und gesehen habe. Ich dachte, du siehst mich nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist ja dann ausgeglichen, ne? Nja, nö. Seh ich nicht. Könnt ihr bitte auch mal den Killer spielen? Hast du nicht Glück? Nee, versuch's lieber nicht. Tobi? Ja? Hörst du meinen Summen? Nein. Tobi, der sieht dich. Der sieht dich einfach durch alles durch. Du kannst laufen und du willst, der sieht dich einfach. Ich glaube, ich glaube, es ist frei. Okay, weißt du was? Oh, lol! Alter, was war das denn gerade? Alter, was war das denn? Was war das denn? Wie hast du den getroffen? Über die, über die Map einfach. Das ist viel zu OP, Alter. Wie jeder Killer, wenn er neu ist. Jaja, aber du kannst doch nicht mit One-Hit einfach den Typen lieben. Obwohl, na gut, wir haben alle Perks frei. Ja gut, das Ding ist, die holt halt erstmal ein bisschen aus und dann kannst du halt ausweichen. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, den zu treffen. Weißt du? Okay, du musst aber schon wissen, wo das herkommt, ne? Das ist sonst... Alter, krass. Ja, ich hab halt jetzt keine Axt mehr, weil ich dich getroffen hab, so weißt du? Ja, dann nimm dich jetzt mal nicht wie die Axt im Walde, Curry, und lass dich mal in du, bitte. Äh, ich hol mal kurz neues Handwerkzeug. Boah, wie die sich einen hier wegsummen, der ist so mega krass, ey. Äh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Äh, nein, 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 nein. Tobi, ich weiß das... So ist der Curry. Currys! Alter! Alter! Ich konnte mich nicht mal bewegen. Ich konnte mich nicht mal bewegen, weißt du? Alter! Curry! Du dreckiges Dreckschwein, du alte Sau, du Kängel. Hey, was machst du das, Tobi? Curry, geh doch mal weg. Mhhhhh! Oh, Scheiße! Oh Gott, ey. Du bist bekloppt, ey. Boah, aber dieses Axt werfen macht mega Laune, das müsst ihr auch immer mal machen. Im Heidepark mach ich das manchmal. Was? Geh mal weg! Jag mal Tobi, ich kann eh nichts machen. Bist du jetzt erst mal bei dir am Campen? Jaja! Was? Alter! Der hat aber die fiesesten Perks alle zusammengeschlagen, kannst nix machen. Vergiss das Alter. Hat der dich auch instant kill? Der kann one hitten einfach und dann instant killen. Das ist sinnlos. Das geht erst wenn du einmal am Haken warst. Dann kann ich dich töten. Ich weiß nicht was das für ein Perk ist. Ich hab keine Ahnung. Tobi denk dran du warst einmal am Haken. Ne war er nicht. Oder? Ne war er nicht. Stimmt. Tobi. Ich bin ein bisschen geschockt gerade. Das ist doch genau Currys Killer ey. Ich weiß das doch. Ne aber bitte spieg den auch mal. Das ist echt lustig. Das Problem ist, wenn wir jetzt mit dem Killer versagen stehen wir echt doof da. Weißt du? Nein darum geht es doch gar nicht. Nein Curry hier geht es schon lange nicht mehr um Spaß. Das habe ich gelesen. Nein wir müssen alle gut spielen. Ach Leute man das ist doch scheiße was ihr hier sagt. Mama wo bist du? Mama. Was? Was? Was ist das denn da? Warum liegt da irgendwas rot? Achso du leuchtest rot. Okay. Hä? Ne nicht du. Ähm. Oh. Wo mich ist denn? Ah das ist eine sehr gute Strategie Tobi. Das ist sehr sehr gut. Da lag jemand i. Was hast du getan? Ich hab gar nichts getan. Der arme Tobi. Ich würde dem Tobi so fett gönnen wenn er jetzt einfach durch die Luke abhaut. Ich würde es immer einfach so fett gönnen. Bestimmt nicht. So ein Glück habe ich leider nicht. Ah Tobi. Ich würde es nur fett gönnen. Ich glaube wir müssen einfach dann alle mithören wo die. Ja. Ich bin ein böser böser Mensch. Ich weiß dass du hier bist. Okay können wir machen einfach so du darfst mich nur noch mit der Axt also abwerfen so okay weißt du? Challenge time jetzt. Jetzt ist die Folge auch viel zu kurz gewesen. Ja eben. Okay. Macht eh wieder One-Hit ich weiß das. Alter. Oh Mann ist das ekelhaft. Das ist Gesumme ne? Ja nicht nur. Hör mal zu. Won't do the party in the world of night. Tobi ich weiß dass du hier hinter irgendeinem Stein bist. Ich habe doch deine roten Striche gesehen. Boah die Martha aus Outlast wäre auch geil. Vor allen Dingen kann er nicht ersehen. Er weiß genau wo du bist Tobi. Ich habe keine Ahnung wo er ist ohne Scheiß. Curry wittert dich. Er riecht mich wahrscheinlich. Und leckt an dir wie an einem Salzstein. Ja das kommt ja erst im Nachhinein. Achso okay. Ich bin viel weiter weg. Ich beobachte dich grad die ganze Zeit. Tobi bitte. Sieht echt dumm aus Curry. Ja Tobi. Du bist ganz süß. Du weißt bestimmt wo die Luke ist. Der steht da bestimmt. Ja ja genau. Knutsch du mal weiter deine Steine da. Ich such mal die Luke weiter. Hä wie unauffällig. Wie nix. Tobi Alter. Komm einer du oder ich Mann Tobi komm. Na klar Curry du oder ich natürlich. Er weiß doch schon längst Bescheid. Er weiß doch schon längst Bescheid. Der hat nur gewartet. Ich hab dich gesehen mein Freund. Ich hab dich gesehen. Kann man sich als Überlebender eigentlich die Axt holen und dann selber werfen gegen den Killer? Boah. Nach drei und nach drei Treffern ist er weg. Er flog schon wieder nörgst. Alter. Da war ein Baum Curry. Ja ich weiß. Der ist so ein richtiger Rambo der Curry ne? Ja. Aber echt hat ja auch wahrscheinlich überall Fallen aufgestellt. Oh nein du hast so einen scheiß Gockel überm Kopf. Gockel? Ja ich würde gerne mal die Luke finden aber das ist natürlich hier nicht machbar ne? Das ist dein scheiß Ernst Tobi. Wir wollten uns eigentlich die Map angucken aber leider hat Curry natürlich dann ne? Ja guck dir. Okay Tobi mach mal safe. Nö, nö, machste eh nicht, machste eh nicht Doch, ernsthaft, hey, ich hab's beim nächsten Mal auch gemacht, also halt die Schnauze, ja? Deswegen hast du auch die Pan direkt nach ein paar Sekunden getötet Das war so herzlos einfach, das war mega herzlos Und persönlich, ja, das stimmt Warum, warum, warum? Ich wollte auch mitspielen können Die Luke war doch bestimmt da, wo Karek gerade gewartet hat, ne? 100 pro Hä, ich dachte grad, hab ich hinter mir so gut gehört, ich weiß es nicht Ja Tobi spielt jetzt auch Killer, hat die Schnauze voll Von Hilflosigkeit Werf uns gegenseitig mit der Axt ab, das ist ja auch mal geil So Battle, so Axt-Killer-Wrestling Alle Killer wär geil So Deathmatch mäßig Boah, mega Eigentlich cooler Modus Hm Scheiße, Mann Ich find das Summen voll sympathisch Ja, klar, Kari, du weißt ganz genau, was ich da Du Arschler Was? Wie die noch in den Stein so reingeflogen ist, weißt du? Sehr geil, sehr geil Siehst du sowieso in dem Thema, auch noch friendly machen, Tobi, am Arsch Hast du gesagt, machen wir, dann hätt ich nichts gemacht, Tobi, ohne Scheiß Ja, klar, Kari, komm hier Fast, komm mal zwischen den Beinen, komm Hä, was? 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 Hast du auch ne geile Blutaxe, oder was? Ja, klar, ne Blutwurst hab ich zwischen den Beinen Was? Hinten oder vorne? Hinten oder vorne, Tobi? Sova Hallo Ich hab meine Tage, sorry Oh ja, Tobi, geil Oh Können wir das jetzt Alte mehr Kann den, kann der bitte jetzt auch jemand anderes spielen? Ich will das auch einmal machen Der Erik hat jetzt bestimmt Lust Oh Gott, der Gott, der Gott, der Gott, der Gott Wie geht das so was? Ich kann dir das Axt werfen sehr ans Herz legen, das macht Spaß Warte, ich muss noch kurz hier was Warte, wie kann ich mich dann, wie kann ich hier nochmal als Killer? Ich muss erst die Runde switchen, genau Dann musst du zum Zuschauer So, ja Wollen wir das jetzt in dieser Folge nochmal machen? Na klar Okay Soll ich nochmal die gleiche Map machen, oder soll ich eine andere einstellen? Ich bin ready, man Oh, die Map war schon ganz geil Die Map ist nice Die Map ist geil, Tobi, lass es Tobi, komm Ja, geil Huch Ich kann nichts aussehen Ich kann nichts aussehen Okay Ihr müsst die ganzen Perks reinmachen wieder, ne? Ja, ja, alles gut Alles gut Ja, okay, tschau, Kari Hey, das ist neu Was denn, Pan, was denn? Sag doch mal, sag doch mal, was hier neu ist Das Obertalier ist neu Das passt nicht zusammen mit dem hier Oder hier? Mach drauf Alter, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll Ich will auch das alles haben Was zur Zeit uhh Ich bin bereit, Freunde Ja, 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 ich bin auch gleich fertig Ich auch, dude Dude Oah verdammt, ich weiß nicht, was ich nehmen soll Sich von dem roten Blinken unten rechts nicht unsicher machen. Okay, ja gut, ja klar. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Das tut man aber leider nicht so schnell, wie man bei sich das selber sieht. Curry, du musst das immer so voll schnell machen, dieser Ton im Kopf, ne? Ja. Boah, was ist das denn? Tanatophobia. Alle Überlebenden erhalten Strafen für Reparaturen, Heilungen und Sabotagegeschwindigkeiten. Ich will Strafen haben, komm, baller die Strafen rein, hier. Was ist das denn gerade? Nein, nein, Tobi, echt, ernsthaft. Weiß ich, wie lange du noch brauchst, Alter? Das dauert noch ein bisschen. Boah, ich hab aber auch Hunger, Tobi, hör auf, Mann, das ist voll unfair. Das sind Sour Cream Chips von Lay's, ne? Ja, ist, äh, 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 äh. Alter, Sour Cream ist aber geil. Ja, das kann ich so läufeln. Das sind total coole Low Carb Chips. Low Carb. So, ich hab keine Ahnung, ich nehm hier einfach irgendwas. Wenn der noch nichts gegessen hat, so, und dann sitze ich hier und dann, boah. Curry, du fällst vom Fleisch, ess doch mal was hier. Ja, das ist wie die Zuschauer aussehen muss, weißt du, da sitzt der dicke Tobi, der sagt, Mache Low Carb, boah. Oh Gott. Oh. 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 Was ist das denn? Alla, was ist das denn? Curry, hattest du schillernde Klinge? Kann sein, ja. Ah. Auf jeden Fall hab ich sowas mal gelesen, ich glaub ich hab's reingemacht. Okay, okay, okay. Werf einfach die ganze Zeit mit der Axt, die ganze Zeit so... Ja, das mach ich auch, das mach ich auch. Ich glaub, die ist aus dem Zirkus geflohen, die Olle, ey. Irgendwann gibt's mal so'n Perk, wo du dann unendlich extra hast, so, weißt du? Ja, aber solle Axt bin ich dann halt. So. Okay. Einer fehlt noch. Ich bin so bereit. Alla, wer ist denn jetzt wieder? Ah, ist da. Dude. Ich werde so ablosen, ablosen, ablosen. Geil, Mann, ich werd jetzt gekillt. Lava abloser. Nee, ich wollte schon immer meine Axt im Kopf haben jetzt. Geil. Oh ja, Baby. Was ist das? Nice. Ist das der toten Kopf, hm? Oh, mussten wir die Sachen nochmal neu auswählen? Nee, ne? Ja, hab ich doch gesagt. Nee, aber nicht die, nicht die unten, die Reihe. Oder? Na klar. Die Perl. Oh, Pan, Pan, was ist da los? Was bist du denn mit deinem Kopf, sag mal? Könnt du einmal bitte mal zuhören, Pan? Bei tausend anderen Sachen. Mann, ey. Pan? Pan? Ja? Ja? Hör auf, ey. Hör auf, ey. Pan, Pan, wann kommt DBD, Pan? Wann kommt denn DBD, Pan? Wer kommt denn mit euch? Hast du euch? Und hast du nicht? Und hast du alles? Mutters Gebärmutter. Was? 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 Was ist denn los mit dem heute? Sag's grad du. Nee, Köring, du bist echt ein bisschen neben der Spur heute. Komm mal her, ey. Ich fliege alle. Komm, ciao. Komm, wieder abhauen. Ich renne jetzt die ganze Zeit jetzt her. Hallo, ey, ey. Ich bin's, Tobinator. Ich bin's, Stefan. Komm, so, ich seh dich. Ich bin weg. Scheiße, Mann. Ich hab ihn verloren. Voll getan. Hör mal auf, wir werden sonst gehasst. Hallo, ich bin's. Licht ist vorher. How much is the fish? Das ist dein Erdcurry. Das ist dein Erdcurry. Hyper, hyper. Was geht ab? Hä? Warte mal. Warte mal. Was war das denn gerade? Was denn, Tobi? Boah. Geil, Tobi. Nice. Hammer. Mach jetzt jetzt mein scheiß Koffer weg. Fuck, ich hätt das instant machen können. Curry sitzt im Schrank. Ich hätt das instant machen können. Alter, ich hätt das instant machen können. Alter, ich hätt das so machen können. Ey, was? Die summt. Die summt. Oh. Ey, du rennst mit der Taschenlamm hinter mir her und schreist Hyper, Hyper. Alter, was willst du? Ja, hey. Aber das war doch nur zur Tarnung, Mann. Ciao. Ist er zu doof. Oh, Pan hat schon einen Generator, Mann. Hallo, hier, E-Beams. Oh, scheiße, jetzt ist die weg. Scheiße. Jetzt mal erst spielen, jetzt kommt es über Hate. Ey, nein, Mann. Wir dürfen das spielen, wie wir das wollen, okay? Haha, Curry, nein. Doch. Du hast YouTube noch nicht verstanden. Doch. Nein. Alter, hör auf zu zoomen. Mal ganz ehrlich, ey. Ich raste gleich aus. Das ist immer schön, weißt du. Erinnert mich ein bisschen an Elisabeth aus Bioshock. Oh, tolles Spiel. Hey, Tomi mal. Hey, Tomi mal. Was ist hier denn los? Lass deine Axt eingepackt, lass mich bitte in Ruhe. Erich. Tomi, ist das hier dein Essen oder was? Geh weg. Nein. Hä, was machst du da? Alter, die ist hinter mir. Geh weg. Erik. Erik, bitte. Mich erinnern du das irgendwie immer an der Pate. Okay, ciao. Ich bin bei Minecraft Monday raus. Tschüss. Wenn du mich jetzt hinlegst, bin ich auch noch bei Starbound raus. Ich sag's dir. Lass mich nur hoch. Oh ja, leg ihn aufs Kreuz, man. Komm. Oh ja, hab ich Montag frei. Ciao, Tobi. Tobi. Ich bin an der Blume. Hey, Tobi. Boah. Ich hasse Bäume. Tschüss. Wirf die Axt, Erik, komm. Warte. Mist. Wirf ihn eh in den Kopf. Hä, was ist mit dir verkehrt? Tobi, geh da nicht rein, da ist... Hey, da kam ja nirgends wo raus. Ach doch. Komm mal hoch. Geil. Hi, Erik. Hey, Tobi. Gehst du mal bitte? Kommst du runter? Nee. Tobi, ich hab Nuggets. Geh weg. Wirf die Axt. Was ist denn da denn? Hey, Tobi. Hey, Tobi. Hey, Erik, such dir doch mal die anderen. Die machen die Generatoren alle. Ich bin doch voll ungefährlich gerade. Ja, wirf ihn. Alter! Ja! Ja! Tobi! Kollegenschwein, ey. Wie hast du dich auch gesagt? Tobi, ey, komm. Nee, komm, Curry. Weißt du jetzt aus? Endgültig. Das ist doch alles nur Ablenkung, Mann. Ja, ich seh immer noch drei Generatoren. Geil, Curry. Ah, ist klar. Tobi, ich häng nicht mal zum Trocknen auf. Du hast ja Blut auf'm Hemd. Danke. Gerne. Oh Gott. Nicht die Axt werfen, bitte. Mach den Curry fertig, bitte. Nein. Hey, Curry mal. Alles klar? Geil, Erik. Ey, du hast so ne geile Maske. Die macht mich so ratig. Kannst du mich nicht abhängen? Kannst du mich nicht abhängen? Leute, was ist das denn? Würde ich gerne. Schade. Würde ich gerne. Alter, ich wusste das nicht. Was denn? Mann, du musst überleben, okay? Überleb mal bitte. Mann, wir müssen den Curry jetzt befreien, weil dann kann er nämlich abgehängt, kann da direkt gekillt werden, okay? What? Ich hol die Taschenlampe wieder raus, Tobi. Ich sag's dir. Mann, du kommst, der ist hinter mir her. Hä? Du hast mich gar nicht getroffen. Tobi, es tut mir leid. Es tut mir leid, Tobi. 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 Du sollst neu wehen. Wir töten den. Du sollst... Ja, geil. Dann lohnt sich das richtig für die Folge. Ist sensiert. Kannst du mich nochmal töten mit? Ja, komm doch mal rein. Mach doch mal re-log. Ja, der ist tot, Tobi ist tot. Sie ist ja unfassbar. Mach doch mal re-log, Tobi. Er ist tot, Tobi. Ich kann die nochmal re-log-ingin. Ich weiß, wie es ist, Tobi. Vi hat den jetzt nicht nachher-log-ingin. Er ist tot. Er ist tot, Tobi. Er ist tot, Ty. Er ist tot. Er ist tot. Neeee! Hahahaha Alter, war die Rolle erstmal Wie der sich überschlagen hat, du kannst ihn in St. Köthen töten Stimmt, hab ich vergessen Kann ich ihn hinlegen? Du kannst ihn in St. Köthen Mit E oder mit F Geht das? Ich kann ihn nicht hinlegen Nein Bitte bring mich nicht um, es ist doch alles in Ordnung Oh klar, das ist echt so beschissen einfach Hä? Warum kann ich ihn nicht mal hinlegen? Ich hab das getroffen Manchmal ist das echt scheiße Warum ging das gerade nicht? Früher konnte man immer hinlegen, vielleicht geht das bei ihr nicht Ich weiß es nicht So, alles klar Tobi, du wolltest was, ne? Du wolltest eine Bestellung aufgeben Jetzt geh mal bitte zum Haus weg Curry, sonst seh ich das wieder nicht Genau Curry, komm mal her Nö, das geb ich dem Tobi nicht Ja, aber vielleicht geht es trotzdem, mach einfach mal Ok, warte, warte Bring mich hier oben, komm Ah, stop Komm her, komm her Alter, voll in Luft, voll in Luft, alter 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 Ähm, Mann Einmal reicht ja nicht, ne? Nee Viel Spaß Danke Heute gibt es Gyros Ich hab Gyros gemacht Nein, 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 nein Eigentlich, ich drücke, du siehst es doch bei mir Ich drücke wirklich, wenn ich drücken sollte Keine andere Natürlich Pan, jetzt ist das Internet dran schuld, Pan, ne? Pan, ich drück das auch Nee, man hat's grad gehört Man hat's grad gehört Pan, Pan, Geh, Geh, Geh Hat mir grad nur neue Echse geholt Achso, ja, das ist ja super Hä, warum ist die Klappe denn? Achso, weil wir keine Generatoren haben Das ist ja, das ist ja schön Scheiße Das habt ihr wirklich gut gemacht Pan, wir waren richtig schlecht, tut uns leid Ich bin fast nur geflogen die ganze Zeit Es tut uns leid, Pan Curry ist der Pro in diesem Spiel, nicht ich Ok Curry, was willst du eigentlich, was ist dein Problem? Willst du mich heiraten, Curry? Was? Oh, endlich! Das war das Romanteste, was ihr immer gehört habt Curry, Curry, Curry Curry, Curry, Curry Curry, 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 Curry Hä, die ist voll drin im Game, Alter Boah, voll, voll Pan, Pan, du willst jetzt sowas von ne Axt in den Kopf kriegen Das ist echt einer meiner größten Träume Hä, bei ihr, hä? Ich hab'n Baum getroffen Das hat er extra gemacht, der hat extra daneben geholfen Was, Alter, was? VTF Wie geil ist dieser Killer, Alter Der erinnert mich irgendwie an Wrong Turn, Mann Die haben da auch immer alle so Äxte geworfen und so Voll geil Vielleicht lässt du die Pan wie sie nur noch in Scheiben wegrennen Paco mal nach hinten, bitte Nein, kann ich grad nicht Paco mal stehen Jetzt, jetzt holt er dich Mist Der fehlt aber mindestens ne Ferse Man wendet sich nicht gegen die Familie Ja, ja, ich merk's doch, ich merk's auch Die hat nen Ohrwurm Von der Pate Von der Party Von der Party Von der Party Zu Party, zu Party, zu Party Meine Güte, das ist ja ein Ding hier Ich geh zu Party Warum, warum finde ich dich nicht mehr Pan Ja, warum finde ich keine Generatoren Natürlich ist das Du mein Sonnenlich Ich lebe dir Mann, das ist gut, das ist gut was du grad machst Hey ernsthaft? Ja Hütze, kannst du dich? Was ist denn los Pan? Find keinen Generator Hatte ich grade auch schon nicht Selbst als ich gerammt bin, hab ich keine gefunden Was ist denn los? Ja, aber die leuchten doch, oder nicht? Ja, ja, aber ich will keine Ach ne, die leuchten ja nicht bei dir, stimmt Die Dinger da oben irritieren mich voll Weil ich immer denke, das ist so ein Licht vom Generator Mhm, ich weiß Aber du läufst jetzt wieder in die Warte mal Hab ich jetzt richtig gesehen? Nein, es gibt keine Falltür Wobei, warte mal, geh mal zurück Hast du vielleicht ne Schüssel oder so? Aber das ist die nicht, ne? Scheiße Okay Weißt du, was mir fehlt? Ja Die gute alte Stimmenverzerrung Oh ja 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 Die hat manchmal auch für Probleme gesorgt So bei der Aufnahme Das war echt schön Ja Hast du das nicht mehr bei deinem neuen Mischpunkt? Ne, leider nicht Oh Okay Ich möchte jetzt halt Dings dafür anmachen, aber Als ob ich nicht checke, was die Pan hier die ganze Zeit macht, weißt du? Was macht die Pan denn? Die macht schon die Generatoren, die macht sie noch nicht fertig Ja, eben Die macht es Ist ja echt doof, Alter Ich seh das doch die ganze Zeit ja überall Du hast sie ertappt Ja Ich find keine Generatoren Ja klar, Pan Was sind die scheiß Generatoren, Mann? Ich such die hier die ganze Zeit Mhm Ich find die einfach nicht Ich nehm dich an die Hand und zeig sie dir Oh nein, die Map ist echt cool Aber wieso, Alter, ich find die Pan einfach nicht Wir haben nicht Wir haben nicht Was sind die Pan? Wow, ich sag's denn da Ja Das wäre als Killer auch unglaublich geil wäre Was denn? Was denn, Tobi? Der Vater von Resident Evil Boah Boah Geil Wäre so cool, wenn die Koops machen würden Hier mit Outlast Ich will Martha unbedingt drin Alter, Martha wäre mega nice Boah, nein Dann schreit die so los, wenn die einem hinterher rennt Aaaaaaah Und ich will die Spinne von Evil Within Hier die Schwester Boah, nein Boah, die wäre so super Die wäre so mega Den Hund nicht Den Klumpatschhund Klumpatsch der Wunderhund Sag mal, ich find die Pan einfach nicht mehr Die hat sich einfach aufgelöst In Luft Ich hätt gern, ich hätt gern Ich hätt gern irgendeinen Charakter von Tekken oder so Hahahaha Ich kann nur ein Hau Hahahaha Guck mal Mit dem Roundhouse kickt Über die Ecke geflockt Hahahaha 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 Boah Hahahaha 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 Warte, hier draußen. Ernsthaft. Du dreckiges, kleines Schwan... Manchmal sind, äh, manchmal sollte ich... Ich treffe manchmal falsche Entscheidungen. Uh. Ich find's geil, wenn die Runde zu lang dauert und wenn die einfach aufhören würde. Ja. Guck, wie der Becken rennt. Und wenn die Stimme immer bekloppt wäre, würde ich so... Oder genervter, einfach die ganze Zeit so... Oder wenn sie so einen Kassettenrekorder auspacken würde. Oder ein Abspiel so... Na, na, na... Das ist so schade. Na, 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 na... Das verschwindet sich im Nebel so. Krass, ist das ne Kirche? Was war das denn jetzt? Hat dir das gehört? Hat die auch grade... Hat die auch grade so... ... gemacht? Ne, die hat bei mir so... ... gemacht. Ach so, echt? Bei mir hätte ich auch nur so... ... gehört. Oh, wie ekelhaft. Ja, Tobi, du hast glaube ich ne andere Version. Vielleicht wollte ich das auch hören. Keine Ahnung. Bei mir hat sie gelacht, die blöde Kuh. Hast die Augen zu gehabt, Tobi, ne? Na klar. Ach ja, ich bin der Tod, Entschuldigung. Ach ja, ich bin der Tod, Entschuldigung. Ja, und sonst so? Boah! Wo bist du denn, Mann? Ich seh dich einfach nicht, Alter. Ich... Ich krieg ja schon ne Herzkrisen. Im nordöstlichen Westen. Und davon der Norden. Ja. Aber nur halb. Das kann sich die Pan echt hoch anrechnen. Weil... Also wenn... Wenn der Ereke einen nicht findet mit seinem 20k Monitor. Ist das schon echt gut. Und gleich kommst du irgendwo aus der Dunkelheit so... Die Axt... Die Axt einfach so einmal mit ihm geschnissen. Wie bei C und E immer, weißt du? Ja. Tomahawks, Alter. Ich hatte mal nen Kollegen gehabt, der wurde direkt am Anfang von dem Match direkt getomahawked. Ja, eben. Genau, genau. Das machen viele. Voll krass. Die werfen die einfach so... Zack! Dann fühlen sie sich geil, wenn's klappte nach 300 Mal. Würde ich mich auch geil fühlen. Wirf doch mal einfach über die Karte. Vielleicht kommt der eine an. Wär voll geil, Alter. Ohne Scheiß. Einfach so in die Luft werfen. Das ist doch nicht wahr. Wie kann die Frau sich so verstecken? Ich muss hier einfach nen Kühlschrank aufstellen irgendwo. Hey. Mit Käsekuchen. Ja, stimmt. Hast recht. Aber low carb. Ja. Ja, da... Dass sie mir einmal entwischt und so zahlt sie es mir heim. Ich will ja nicht sagen, ne, aber wenn die Leute sich jetzt nochmal über DVD beschweren und das ja nichts kommt dazu, die Folge geht fast ne dreiviertel Stunde. Oh! Ja, weil ich nur rumsuche. Los, Pan, zeig das mal. Scheiße, ja. Du spielt DVD, Mann. Peppermus-Ber популяр. Mann. zorom-Amer amount. oorom-Amer, Mann. Naja, Mann. Mann. Mann, Mann. Waffe slightly illegal. Mann. Ah, ah, ah. Ah. Pan, du... Du kannst das schaffen. Komm und schnapp sie dir, komm und schnapp sie dir. Pack der an eine Luke. Hm? Pack der an eine Luke. Wer? Ich glaube nicht. Ich pack überhaupt nicht an eine Luke. Jawoll! Pan! Komm schon, Pan, komm schon, Pan, komm schon, Pan, komm schon, Pan, komm schon, Pan... Aaaaah! Was denn? Ich such die Luke. Hm? Ich such die Luke. Macht doch gar keinen Sinn. Ein Generator noch. Hä, die Luke ist doch trotzdem da. Ich bin alleine. Ganz alleine. Irgendwie sehen diese komischen neuen Büsche aus, die Penisse. Hä, Dildo ist im Feuer, Büsche als Penisse? Sag mal Curry. Hey, guck dir den Busch an und sag mir nicht, dass der nicht aus wie so ein Gehengel, Alter. Ich finde, der sieht eher aus wie Georg. Was? Wer ist Georg? Busch. Oh, Tobi, Alter. Du bist doch scheiße. Der Georg. Pan! Hm? Fahr mal los. Hm? Warum ist aber mal alles ruhig? Hä, warum nicht? Spannung. Manchmal ist alles doof. Hm? Hm? Wie geil. Diese Kinderin, ey. Ach, Alter. Ja. Pan. Hörst du das Pan? Ah! Oh! 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 Nein! Ja! 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 Oh! 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 Alter, was? Was zum Teufel? Es hat nicht geklickt. Es hat nicht funktioniert irgendwie. Alter! Nimm mal irgendwelche Mini-Lacks! Josh! Hahaha! Geh weg! Geh weg! Geh! 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 Oh das ist kein Schenkung! Oh, ich kämpfe! Der ist überhaupt... Ey! Mann! Ich hatte, ich hatte da einen generator schon für... Das schön gemacht! Ist das kacke! Hase! Ich brauch ne neue Maus! Die Maus ist voll scheiße! Ohne Scheiße! Was ist denn los? Ich weiß nicht, wie ein paar Zugehörungen. Was? Ja, ich weiß nicht, ja. Du hast es mir selber so gegönnt, ey! So, da wäre ich nur mit ein. Scheiße! Scheiße! Was ist denn das hier? Alter, das war so bitter, du hast auf der Grube... Genau, auf der Luke hast du gelegen vor mir quasi. Oh! Alter, war das... War das bitter! Als würde es da Protestpinkeln gehen, ey. Was? Ey. Das tut mir echt leid. Und vor allem, ich hab dich echt die ganze Zeit gesucht. Ich hab dich wie blöd gesucht. Wir haben uns umrandet. Es war so doof. Du bist so oft an der Pan vorbeigelaufen. Was? Ich hab überall geguckt, immer die ganze Zeit. Immer genau so... Von links nach rechts. So ein Scheiß. Verschwindet wieder im Nebel. Ich wusste, ich muss in der Nähe sein, weil ich hab genau das Lied mitgesummt, wo es an der Stelle war. Deswegen wusste ich, ich muss in der Nähe sein. Hä? Aber wo ist die Pan? Schade, ey. Gut gemacht, Pan. Schade. Hätte ich auch. Schade, dass der Killer so scheiße war. Ich hätt's dir auch gegönnt, tatsächlich. Oh, Scheiße. Nee, er war schon richtig. Aber es war schön. War lustig. So. Dann würde ich sagen, pinke Pause und bis zur nächsten Folge, oder? Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir verstehen uns einfach. Wir sind einfach Zwillinge. Aber wir wurden auseinander geschnitten. Hä? Mit ner Wurfachs wahrscheinlich. Okay, tschüss. Alles klar. Vielen Dank für die Zuschauer. Tschüss. An uns wahrscheinlich. Tschüss. Geil. Schon wieder? Ja, tschüss. Okay, tschüss. Tschüss.